Wenn nicht ein Tempelherr gerettet hätte, sollte es doch auch weniger ein Wunder sein. Kommt kein gefangener Tempelherr je anders als zu gewissen Tode nach Jerusalem? Ich heiße Nathan. Ich bin des Mädchens Vater, das eure Großmutter aus dem Feuer gerettet. Und komme im Held so dann und dann spart's. Ich weiß, wie Junge wie gute Menschen denken. Weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen. Ha! Was für ein Haus zusammen! Christen Moselns! Das beste Beinerhäuser in einem Hausverein! Tempelherr! Seid ihr denn so ganz versichert, dass ein Tempelherr es sei, der eurem Patriarchen hetzt? Was man ist und was man sein muss in der Welt, das passt eben nicht immer. Was ist das für ein Gott, der einen Menschen eignet, der für sich muss kämpfen lassen? Sei keinem Juden, keinem Muselmanne, niemandem zum Trotz ein Christ. Das ist das für ein Gott, der eine Menschen, die 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 Menschen,